Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir setzen fort nach unserer Pause, nach dem Kaffee und dem Tee, mit der nächsten Keynote. Digitale Transformation durch Daten, wie Smartphones und Big Data die Wirtschaft wirklich verändern werden. Gewonnen haben wir dafür Prof. Dr. K. Pustschi, Inhaber des SAP Stiftungslehrstuhls für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung an der Universität Potsdam. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, unsere Anfrage anzunehmen. Was wir in unserer Anfrage an Herrn Pustschi von Ihnen wissen wollten, war, wann sind Daten Big, woher kommen Sie und was kann man mit Ihnen tun? Das sind die Fragen, die wir hier auch in dieser Runde diskutieren wollen. Auch natürlich am Ende diese Frage, was können wir tun, welche politische Steuerung ist einfach notwendig. Diese Fragen ziehen sich ja auch heute durch den Tag. Bitte schön, Herr Prof. Pustschi für die erste Runde für die Keynote. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein und mein Auftrag ist ja klar formuliert worden. Sie haben darin im Wesentlichen zwei Begriffe. Digitale Transformation und Big Data. Lassen Sie mich einmal kurz versuchen, das wird ja von Wissenschaftlern immer erwartet, diese Begriffe etwas in ihre Bestandteile zu zerlegen. Wenn wir uns die digitale Transformation anschauen, dann sprechen wir im Wesentlichen von drei Dimensionen der digitalen Transformation. Wir haben das Leistungserstellungsmodell. Das finden Sie links unten. Es wird ja in dieser Hinsicht sehr viel von Industrie 4.0 verstanden, gesprochen, was darunter verstanden wird. Darüber kann man dann sich unterhalten. Ich sehe eigentlich keine vierte Revolution. Man kann jetzt willkürlich Punkte setzen, die Erfindung der Dampfmaschine, die Webstühle, die automatisch funktionieren oder was immer Sie wollen. Wenn Sie aber die Dinge analytisch auf die oberste Ebene ziehen, dann gibt es genau zwei Revolutionen. Und das hier ist die zweite. Wir haben in einem ersten Schritt mechanische Arbeit ersetzt durch Automatisierung. Und wir sind jetzt dabei, insbesondere durch eine Art künstliche Intelligenz, die vor allem aus großen Datenmengen kommt, kognitive Arbeit, Denkarbeit zu ersetzen. Bis zu welchem Grade das geht, darüber kann man sich dann unterhalten. Aber wenn Sie es wirklich auf zwei Punkte bringen wollen, sind es diese zwei. Im Leistungserstellungsmodell der Unternehmen macht sich das sehr deutlich bemerkbar. Wir diskutieren ja zurzeit sehr viel, auch über Roboter, über selbstfahrende Autos und all diese Dinge. Die zweite Dimension, die Sie haben, rechts unten in dem Modell gezeigt, ist das Leistungsangebotsmodell der Unternehmen. Hier sind insbesondere neue Produkte, neue Geschäftsmodelle von Bedeutung. Denken Sie beispielsweise daran, dass neue Medikamente möglich werden, weil Daten ausgewertet werden können in einer Art und Weise und einem Umfang, wie es früher nicht möglich war. Und Sie jetzt plötzlich einzelne Krankheiten, die man früher für ein geschlossenes Krankheitsbild gehalten hat, in Ihre Bestandteile zerlegen. Feststellen, dass Sie es eigentlich mit vielen kleinen, etwas unterschiedlichen Krankheiten zu tun haben. Und dass bei der Einzelperson dann womöglich Wechselwirkungen entstehen können, je nach bestimmten Eigenschaften, an die Sie vorher nicht gedacht haben. Und dann daraus kundenindividuelle Medikation ableiten können, die Menschen hilft, denen Sie früher nicht helfen konnten. Warum schildere ich Ihnen gleich am Anfang so ein ausführliches Beispiel? Warum muss es unbedingt Medikamente, Rettung von Menschen sein? Nein, ich will versuchen, Ihnen ein ausgewogenes Bild von Big Data zu zeichnen. Es nützt uns nichts, wenn wir Big Data entweder zum Heilsbringer erklären oder wenn wir es verteufeln. Wir stehen hier vor einem Werkzeugkasten. Wir stehen hier vor Effekten, die sind positiv oder negativ. Und mein Versuch wird sein, Ihre Aufmerksamkeit auf Teile zu lenken, die so in der öffentlichen Diskussion vielleicht typischerweise nicht vorkommen. Aber mir ist wichtig, den Versuch zu machen, das ausgewogen zu tun. Die dritte Dimension, meine Damen und Herren, ist diejenige, über deren Beziehung zu Big Data ökonomisch am wenigsten gesprochen wird. Wir sprechen über das Kundeninteraktionsmodell. Und die Bedeutung, die wir hier sehen, die kommt erst durch das Smartphone. Wenn Sie die Entwicklung etwas anschauen, stellen Sie fest, dass es 60 Jahre gedauert hat, bis jeder Haushalt in Deutschland Telefon hatte. 30 Jahre, bis in jeder Familie ein Computer vorhanden war. Aber innerhalb von nur 15 Jahren hatte jeder von uns so ein kleines Gerät in der Tasche und die meisten lassen sich davon immer und überall hin begleiten. Noch nie hat sich eine bahnbrechende Technologie so schnell verbreitet wie dieses kleine Gerät. Zwei Bilder, die Sie alle kennen, sind zu Ikonen dieser Revolution geworden. Die Wahl von Papst Benedikt im Vergleich zu der von Papst Franziskus. Und das in nur acht Jahren. Wovon wir aber eigentlich sprechen, ist nicht die Ausbreitung von mobiler Telefonie. Ein Kollege aus den USA hat einmal gesagt, es sei mehr oder minder Zufall, dass man mit diesem Gerät auch telefonieren könne. Die Frage ist, wie sehr IT unmerklich alle Bereiche unseres Lebens durchdrungen hat. Oh, da fehlt mir ein Video. Ich habe mich gefragt, ob ich Ihnen das zeigen soll oder ob ich den einen oder anderen Scherz auslassen soll, weil Sie ja in diesen Themen etwas weiter sind. Üblicherweise zeige ich dann da ein Video, wo die ganzen kleinen netten Gadgets drin sind, iTunes, YouTube und was es so alles gibt, wo man nicht sofort an diese Effekte denkt. Lassen Sie mich aber zumindestens zur Pointierung Ihnen drei Effekte zeigen, wo das Smartphone unser aller Leben verändert hat. Die Art, wie wir Autofahren und uns dabei zurechtfinden. Die Art, wie unsere Dates ablaufen und die Art, wie uns danach bei langweiligen Tätigkeiten die Zeit vertreiben. Was will ich Ihnen belegen? Ich will Ihnen belegen, dass das Smartphone unser Leben verändert hat. Was will ich Ihnen belegen? Sie finden einen Platz, kein Problem. Stellen Sie sich vor, wo Sie gerade gekommen sind. Stellen Sie sich vor, wir beide haben uns lange nicht gesehen. Sehr lange nicht, unser ganzes Leben lang noch nicht. Aber wir kennen uns irgendwoher und führen plötzlich ein tiefes Gespräch, das irgendwie Inhalte hat, die für uns beide wichtig sind, wo wir uns in das Gespräch vertieft haben. Und plötzlich passiert Folgendes. Ich bin heute wirklich etwas unglücklich mit meinen, ich habe halt so einen Ablauf des Vortrages, Sie kennen das. Und wenn man dann zur Heinrich-Böll-Stiftung kommt, dann wirft man alles um. Und dann hat man sich gemerkt, dann hat man sich gemerkt, an dieser Stelle müsste jetzt der Klingelton kommen. Der dann die philosophische Überlegung ermöglicht. Wir unterhalten uns in die Tiefe, plötzlich klingelt Ihr Telefon. Und was tun Sie, der dann die, Sie haben es natürlich aus, keine Frage, aber jetzt ist es einmal angewiesen. Sie gehen ran, genau. Das ist eine von drei Möglichkeiten im Wesentlichen. Die eine ist, Sie gehen ran. Wer tut was anderes? Sie schalten es auf stumm und stecken es zurück. Wer hat noch eine andere Lösungsmöglichkeit? Wegdrücken, genau. Ich gehe ran, ist jetzt so das Typische, was auch meine Studenten tun würden. Die kommen gar nicht auf die Idee, darüber nachzudenken. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Sie können das eigentlich nicht gewinnen. Sie können das nicht gewinnen, weil egal was von den drei Dingen Sie tun, vielleicht finden Sie noch so abgewandelte Strategien, Ihre Aufmerksamkeit ist beim Gerät. Unser Gespräch ist unterbrochen. Es geht bei dieser Technologie um die Lenkung Ihres Kommunikationsverhaltens und um die Lenkung Ihrer persönlichen Aufmerksamkeit durch die Technologie. Früher haben der Inhalt des Gesprächs, die Wichtigkeit des Gesprächs, die Wichtigkeit des Gesprächspartners, der persönlichen Beziehung, bestimmt, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Heute bestimmt in vielen Fällen die Technologie, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Das ist die eine Seite der Medaille, warum der Umgang mit diesem Gerät anders ist, als mit so vielen anderen Geräten. Wir adressieren einige sehr alte Schichten in unserem Gehirn, die noch aus der Zeit kommen, wo wir noch mit der Keule durch den Wald gelaufen sind und versucht haben, das Mammut zu jagen. Da war es tödlich für uns, wenn wir nicht auf dem Laufenden waren. Es war tödlich für uns, wenn wir nicht in Verbindung mit unserem Stamm waren. Das, meine Damen und Herren, ist die sehr alte Seite der Medaille von Smartphones und warum Menschen sie so nutzen, wie sie sie nutzen. Ich zeige Ihnen nachher noch eine sehr neue Seite der Medaille. Wenn ich die in meiner Präsentation nicht finde, dann grabe ich sie Ihnen hier heraus. Spaß kann das Smartphone übrigens auch machen. Jedenfalls, wenn man hier in diesem Video das etwas vorgemuckt hat, der Vater ist. Jetzt gucken wir mal, was als nächstes kommt überhaupt. Genau, das gehörte auch hin. Augmented Reality, nicht nur Fernsteuerung. Ich habe Ihnen eben Fernsteuerung gezeigt und Fernkontrolle. Auch Augmented und Virtual Reality sind Technologien, an deren Einführung wir derzeit gerade stehen. Vielleicht haben Sie schon die Models von Dian von Fürstenberg mit diesen netten Brillen gesehen. Das sind so Bilder, da werden Sie sich jetzt vielleicht fragen, warum versucht man solche Bilder in die Öffentlichkeit zu bringen? Offensichtliche Identifikationsfiguren für viele Menschen mit dieser neuen Technologie. Gleichzeitig können Sie sagen, naja, hat ja nicht so richtig gut geklappt, die Menschen daran zu gewöhnen mit diesen Bildern. Wenn im Silicon Valley ein Reporter so eine Brille trägt, es kommt eine junge Dame, nimmt sie ihm von der Stirn und zertritt sie auf dem Boden, weil sie nicht gefilmt werden möchte. Im Prinzip ganz gut. Kleines Problem an der Geschichte. Dieses Patent ist Google längst erteilt. Wenn wir etwas mehr in den Gefühlsbereich der Menschen gehen, dann gibt es so einfache Gadgets wie dieses hier, die auch ganz spannend sind. Mit diesem Armband können verliebte Streicheleinheiten austauschen, auch wenn Kontinente sie trennen. Sie streichen sanft über das Armband. Ein Sensor nimmt die Bewegung auf, übermittelt sie via Bluetooth zu ihrem Smartphone, über das Mobilfunknetz zum Smartphone ihres Partners und von dort mit einem kleinen Vibrationsmotor, originalgetreu, auf die Haut. Sie spüren die Berührung des Anderen in der Sekunde, in der er oder sie an sie denkt. Ganz nett, diese Technologien. Ich möchte Ihnen zeigen, warum Menschen mobile Dienste nutzen. Wir haben das vor einiger Zeit mal sehr in die Tiefe untersucht und in einem US-amerikanischen wissenschaftlichen Journal veröffentlicht, was zu ganz angenehmer Aufmerksamkeit geführt hat. Was Sie hier sehen, ist das böse Gegenstück zu diesen netten Balkengrafiken, aus denen Sie immer alles und nichts herauslesen können. Viele von Ihnen sind vielleicht in der Universität mit Strukturgleichungsmodellen gequält worden. Diejenigen von Ihnen, die das entweder erfolgreich verdrängt haben oder noch nie das Vergnügen hatten, denen möchte ich zumindest kurz eine Möglichkeit geben, bevor ich Ihnen das Modell zeige, einzuschätzen, selbst einzuschätzen, was wir denn überhaupt sehen in dem Modell. Wenn Sie zwischen zwei Konstrukten einen Zusammenhang herstellen wollen, dann müssen Sie als erstes die Signifikanz testen. Das sehen Sie an diesem netten Sternchen. Und diejenigen, die damit nicht vertraut sind, bitte ich mir zu glauben, dass wir das strengste Signifikanzniveau angelegt haben, das man in solchen Studien anlegt. Die anderen können rechts unten sehen, dass wir mit p kleiner 0,001 gearbeitet haben. Und das sehen Sie an diesem netten Sternchen, wo die Signifikanz vorhanden ist. Und wenn Sie die haben, dann gibt es so einen Beta-Korrelationskoeffizienten, der Ihnen die Stärke des Zusammenhangs angibt. So 0,1 fängt man an, so einen Zusammenhang zur Kenntnis zu nehmen. 0,2 ist so ein guter, stabiler Zusammenhang. Höher als 0,3, 0,4 kommen Sie in Realweltmodellen nicht. Wenn Sie Modelle für Studenten bauen, dann kommen Sie vielleicht mal höher. Wenn Sie tautologische Fragen stellen, sind weiße Pferde weiß, dann kommen Sie vielleicht auch höher. Oder wenn Sie irgendwelche Vorstudien gemacht haben und irgendeinen Effekt entdecken, wo Sie haargenau ins Schwarze treffen, dann kommen Sie vielleicht auch höher. Wenn Sie jetzt den Zusammenhang in diesem Modell untersuchen, zwischen der mit dem wahrgenommenen Spaß bei der Dienstnutzung, das ist der erste der drei Effekte, den ich Ihnen zeigen möchte, und der Nutzungsabsicht mobiler Dienste, dann stellen Sie fest, der direkte Zusammenhang ist nicht signifikant. Wir haben die meisten aufgehört, die das vor uns getan haben, und wir haben den indirekten Zusammenhang über die wahrgenommene Nützlichkeit untersucht. Und da finden Sie eine Erklärung, denn was Sie hier sehen, 0,7, das ist ein Erdbeben. Der Zusammenhang von wahrgenommenem Spaß bei der Dienstnutzung besteht zur wahrgenommenen Nützlichkeit des Dienstes. Das ist ein Wesensmerkmal der Nutzung dieser Geräte, die sich völlig von anderer IT unterscheidet. Spaß bei der Dienstnutzung ist der wichtigste Faktor dafür, dass der Benutzer die Anwendung als nützlich empfindet. Sie können das statistisch nicht umkehren, das wissen Sie, Sie können das aber sachlogisch, und ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung in der Forschung sagen, das stimmt auch, auch sehr wohl umkehren. Wenn eine Anwendung keinen Spaß macht, ist sie auch nicht nützlich. Mobile Banking die letzten 15 Jahre. Und damit können Sie sehr viele Effekte erklären, zum Beispiel, warum mobile Dienste, die nach der Markteinführung des iPhones vielleicht nicht viel besser waren in ihrem Wesensgehalt als vorher. Das iPhone, als es eingeführt wurde, war technisch rückständig. Die Mobilfunkanbieter in Deutschland haben ihre Netze zurückgerüstet, damit das iPhone vernünftige Datenraten bekommt, weil es kein UMTS konnte. Aber wenn Sie das Ding anfassen, wenn Sie die Werbung dafür sehen, wenn Sie es bedienen, dann erzielen Sie solche Effekte. Wahrgenommener Spaß bei der Dienstnutzung. Der Effekt von Design beispielsweise auch. Ich möchte Ihnen noch zwei andere Dinge zeigen in diesem Modell. Was wir gemacht haben, ist, wir haben die Konstrukte formativ operationalisiert. Damit können Sie nicht nur sagen, ob das Konstrukt vorliegt, sondern Sie können auch hineinschauen. Und wenn Sie das tun, dann stellen Sie fest, alles an auslösenden Gründen für wahrgenommene Nützlichkeit, was mit Effizienz zu tun hat, können Sie bei diesem Gerät vergessen. Zeitsparen, Geld sparen, meine Arbeitsaktivitäten unterstützen. Wenn das vorhanden ist, nimmt es der Nutzer sehr gerne mit. Handlungsauslösend ist es nicht. Was ist denn nun? Handlungsauslösend, werden Sie fragen. Und das ist die schlechteste Nachricht für einen Forscher wie mich, der sich seit 15 Jahren mit Smartphone, Mobile Business, Mobile Commerce und dergleichen beschäftigt. Dem Volk ist langweilig. Das Volk will unterhalten werden. Und Sie sehen auch hier wieder fast 0,7 beim Beta-Korrelationskoeffizienten. Das dürfen Sie bei dieser Methode auch mit den Indikatoren machen. Und dann kommt lange, lange nichts und dann kommt mit einem unendlich viel kleineren Wert so etwas wie Effektivität. Wir haben eben gesehen, Effizienz, nicht Handlungsauslösend. Effektivität, ich kann etwas tun, was ich vorher nicht konnte, Handlungsauslösend. Und unterstütze mein persönliches Netzwerk. Sei es das Realwelt-Netzwerk. Ich schicke einem Verwandten eine SMS zum Geburtstag oder sei es das virtuelle Netzwerk, meine Facebook-Freunde. Für mich schwierig. Ich habe keine Facebook-Freunde. Könnte man überlegen, woran das liegt. Aber das stellen wir hier mal außerhalb des Vortrages. Das, meine Damen und Herren, ist die moderne Seite der Medaille, warum unser Verhalten mit dem Gerät so ist, wie es ist. Vielleicht nicht von jedem von Ihnen oder von mir, weil wir reflektierter damit umgehen. Die Masse der Bevölkerung und der Nutzer reagiert auf dieses Gerät so. Impulsiv, sehr gefühlsbetont. Nehmen Sie mal einem 14-jährigen Mädchen dieses Telefon weg. Meine Nachbarin hat das versucht, die zwei Wohnungen unter mir in Potsdam wohnt. Und das endete im Streit der beiden unterschiedlich alten Damen damit, dass das Gerät einen großen Bogen weit aus dem Fenster machte und im Kopfsteinpflaster des Innenhofes landete. Das ist die Emotionalität, die in diesen Geräten steckt. Und dann reden Sie mal mit jemandem darüber, was da für Daten entstehen. Hm. Schwierig. Aber genau darauf komme ich gleich. Kehren wir noch mal ganz kurz zum Nutzer zurück. 75 Prozent der Deutschen würden ohne ihr Mobiltelefon nicht das Haus verlassen. 12 Prozent nehmen es mit ins Badezimmer, wenn sie duschen gehen. Und 56 Prozent, die Fernsehen schauen, benutzen gleichzeitig ein anderes Gerät, ein Tablet, Laptop oder Smartphone. Second Screen nennen das die Medienleute, die diesen Trend längst erkannt haben. Es ist nur nicht ganz sicher, ob denen wirklich klar ist, wer hier der First und wer der Second Screen ist. Auch das, meine Damen und Herren, gehört zur Wahrheit. Das mobile Endgerät ist ständiger Begleiter, eben gerade auch dann, wenn man nicht unterwegs ist, sondern wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt oder in einer langweiligen Konferenz bei einem langweiligen Vortrag wie diesem. Auch das muss man verstehen, wenn man die Bedeutung, hallo Herr Tennagen, wenn man die Bedeutung dieser Geräte ermessen will und wenn man sehen will, wie bestimmte Arten von Diensten funktionieren. Aber lassen Sie uns noch mal auf Apps schauen. Oh, auch das will er nicht heute. Na gut. Irgendwie, ich gebe zu, ich habe die Präsentation selbst so zusammengestellt, wie ich sie zusammengestellt habe, aber wie ich die Elemente zusammengefügt habe, damit bin ich nicht immer so ganz glücklich jetzt. Dafür haben Sie ein Unikat. Das ist, glaube ich, auch gut. Daten, meine Damen und Herren. Ich hätte Ihnen jetzt noch zeigen können, wie man das Telefon von Angela Merkel aushorcht und all diese Dinge. Da gab es so eine wunderschöne Taz-Schlagzeile, die da irgendwo tief verborgen ist in der Präsentation. Aber irgendwann, glaube ich, sollte ich auch aufhören, sonst holen Sie mich von der Bühne. Insofern schauen wir noch mal auf Daten. Wenn Sie das machen, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dann machen Sie klassische Datenauswertung. Dieses nette Strukturgleichungsmodell. Sie überlegen sich, wie könnte die Realität sein? Vielleicht brauchen Sie Monate, bis Sie eine klare Idee haben, wie die Realität zusammenhängen könnte. Qualitative Vorstudien, Fokusgruppen, was immer man da machen kann, haben wir auch getan. Dann bauen Sie so ein Modell, dann suchen Sie sich eine Stichprobe, die möglichst repräsentativ ist und dann schließen Sie aus der Stichprobe auf die Grundgesamtheit. Big Data, meine Damen und Herren, geht genau den umgekehrten Weg. Wenn Sie 80 Prozent der Journalisten fragen, die über Big Data schreiben, dann werden Sie feststellen, die wissen noch nicht einmal so ganz genau, was Big Data ist. Es ist immer noch an vielen Stellen die landläufige Meinung, das sei so etwas wie Data Mining früher, nur mit mehr Daten. Nein, Big Data kehrt die Denkrichtung um. Bei Big Data erheben Sie alle Daten, die nur irgendwie erhebbar sind und schließen aus diesen auf den Einzelnen. Das kann eine Maschine sein, wo Sie vorhersagen können, wann sie gewartet werden muss, wo Sie vorhersagen können, wann der Schiffsdiesel ausfallen wird und dann vorher Maßnahmen treffen. Vielleicht wissen Sie sogar genau, welches kleine Bauteil versagen wird und Sie können sehr, sehr gute Effekte erzielen. Das kann aber auch der Mensch sein. Nun sagt man immer, das Handeln des Menschen ist nicht vorhersagbar. Das mag ja im Prinzip stimmen, nur wenn Sie eine sehr große Zahl von Menschen haben und von denen sehr, sehr viel wissen, dann wird an bestimmten Stellen das Handeln des Menschen sehr vorhersehbar. Nicht mit dem Anspruch, dass es im Einzelfall immer zu 100 Prozent stimmt, aber bei vielen Sachen reichen Ihnen 99,7 Prozent aus. Das ist nichts anderes als eine n-dimensionale Version von Kunden, die dieses Buch gut fanden, fanden auch folgende anderen Bücher gut. Mastercard, meine Damen und Herren, kann damit bereits seit einigen Jahren besser vorhersagen, wer sich in fünf Jahren scheiden lässt, als es die Menschen selbst können, die es betrifft. Das überrascht mich als Forscher nicht besonders. Was mich überrascht, ist, mit wie wenig Daten vom Einzelnen sie es können. Wir reden nur von der Plastikkreditkarte. Die wissen noch nicht einmal, was sie gekauft haben. Und an dieser Stelle ersetzt Korrelation die Kausalität. Alles, was Ihnen in der Schule und in der Universität im Umgang mit Statistik verboten worden ist, Unsinnskorrelation, gilt bei Big Data nicht mehr. Sondern, wenn in einem Landstrich besonders viele Störche leben und besonders viele Kinder geboren werden, dann interessiert Sie, um dieses berühmte Beispiel zu nehmen, überhaupt nicht mehr, ob es einen sachlogischen Zusammenhang gibt. Wenn der über sehr viele Gebiete stabil ist, dann ist der Gegebenpunkt aus Ende. Das kann auch sachlogische Zusammenhänge haben, die dann etwas anders liegen. Die Natur ist dort noch gesund, also gedeihen die Störche und die Leute haben Lust, irgendwie auf Familie zu machen. Oder im Grünen sitzen vor allem Leute, die sich leisten können, sich nicht so viele Gedanken über die Berufstätigkeit beider Seiten zu machen oder was immer sie sich ausdenken. Es muss aber auch gar keinen sachlogischen Zusammenhang geben. Es kann einfach genügen, dass das in hinreichend vielen Fällen so ist, dann reicht es Ihnen, um zu prognostizieren, dass es im endlosersten Fall auch so sein wird. So funktioniert die Denkweise von Big Data. Ich halte die an vielen Stellen für durchaus problematisch, vor allem bei dem, was man damit machen kann. Aber wir müssen sie zunächst mal neutral so bewerten. Und ich habe Ihnen ganz am Anfang sehr bewusst das Beispiel von diesem Medikament gebracht. Und wir werden solche Medikamente und auch Behandlungstechniken sehen, wo Big Data dazu führen wird, dass man Menschen retten kann, dass man Menschen ein besseres Leben ermöglicht. nur wenn Sie das Mastercard-Beispiel einen Tick weiter denken. Mit so wenigen Daten kann man etwas so Persönliches von Ihnen vorhersagen. Was kann jemand tun, der 24 Stunden am Tag weiß, wo Sie sind? Der weiß, wer Ihre Freunde sind? Der weiß, was Sie mit denen kommunizieren, wie oft Sie mit denen kommunizieren. Der weiß, welche Internetseiten Sie angeguckt haben. Ja, auch die, die Sie am 24. Juli letzten Jahres um 23.23 Uhr, als Sie leicht angeschickert und schwer enttäuscht aus der Hotelbar kamen, sich angeguckt haben. Sie wissen das nicht mehr. Aber eigentlich ist gar nicht die einzelne Seite von Interesse. Von Interesse ist dieser Pool von Daten, auf den Sie auf das eine kleine fehlende Merkmal schließen können. Mit sehr, sehr hohen statistischen Trefferraten. Wie gesagt, wir sind da irgendwo im Bereich 95 Prozent, 99,89 Prozent schon ganz gut unterwegs. Und das ist die wahre Bedeutung von Big Data, wenn es um den Menschen geht. Jetzt muss ich mal gucken, ob dahinter ein Video liegt. Da liegt keins dahinter. Gut. Ich hätte Ihnen ansonsten Tom Cruise gezeigt. Der, wie heißt der Film? Minority Report, genau. Der jemanden festnimmt für einen Mord, den dieser erst später begehen wird. Sie können jetzt sagen, naja, Novelle 50er, 60er Jahre und diese drei alten Wahrsager, die da angeschlossen waren an diesen komischen Tank, die dann mit ihren Gedanken irgendwie die Zukunft visualisiert haben. Das ist jetzt nicht so ganz, worüber wir reden sollten. Aber ehrlich gesagt, das ist genau, worüber wir reden sollten. Denn das ist keine Schwarzmalerei, sondern um es Ihnen ganz plastisch zu machen, am 14. Jetzt muss ich nachgucken. 14. April 2014 hat Michael Hayden, langjähriger Chef der CIA und des NSA, bei einer Diskussion an der Johns Hopkins Universität dazu gesagt, Metadaten, wir töten heute Menschen auf Basis von Metadaten. Er sprach über Drohnenangriffe. Das ist sicher nicht das Thema, über das wir heute im Schwerpunkt sprechen wollen, aber als Wissenschaftler muss ich Ihnen zumindest die Dimension dieser Dinge aufzeigen. wenn wir mit diesen Technologien und Techniken umgehen. Wenn wir uns jetzt fragen, was wirtschaftlich in diesem Effekt die Folge sein wird, dann zeige ich Ihnen hier nochmal das zweite Mal. Ich schwöre, dann höre ich auf mit den komplizierten Grafiken. etwas aus einer Studie, die wir in einem US-amerikanischen Journal, das ist in der Wissenschaft inzwischen auch State of the Art, da müssen Sie publizieren, sonst werden Sie nur schwer wahrgenommen. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben ein modernes Mobile Payment System aufgezeichnet und das Wertschöpfungsnetz modelliert. Sie müssen das nicht im Einzelnen auseinandernehmen, ich sehe auch gerade, dass man das bei der Auflösung gar nicht kann. Ganz kurz, diese netten Kästchen, wenn Sie keinen Schrägstrich haben, sind ein Akteur, da haben Sie hier oben den Kunden und unten den Einzelhändler und wenn Sie so einen Schrägstrich haben, dann ist das eine Rolle. Das heißt, da wird etwas getan, aber wir wissen noch nicht so genau von wem. Sie haben dann irgendwie den, der das eigentliche Mobile Payment System operated, Sie haben irgendwie den, der vielleicht noch ein Mobile Ticketing operated, dann haben Sie jemanden, der die Daten des Kunden hostet, einen Mobile CRM Service Provider, dann haben Sie hier einen, der Mobile Marketing mit diesen Daten macht. Das werden sehr spannende Dienste für die Kunden sein und die Kunden werden das wollen. Und da oben haben Sie noch so zwei technische Rollen, einen, der die Daten physisch hostet und rechts davon den Trusted Service Manager, der irgendwie die Ende zu Ende Identifizierung des Kunden sicherstellt und so etwas, soll für Sie alles nicht so dramatisch von Bedeutung sein. Spannend wird es, wenn Sie jetzt genau die Frage stellen, wer tut denn was? Wenn Sie in dieses System reingehen und es als Analyse Tool benutzen und Sie fragen mal so einen Edeka als sehr großen deutschen Einzelhändler, wie wird denn die Zukunft aussehen, wenn so ein Mobile Payment Verfahren in die Nutzung kommt, dann sagt er Ihnen, das sagt er Ihnen schon seit zwei, drei Jahren, glaube ich, haben Sie etwas eingeführt, die Welt sieht so aus, ich, der Einzelhändler, mache alles, was ich vorher gemacht habe, plus diesen ganzen Zwischenschritten und da oben ist der Kunde, mit dem interagiere ich. Wenn Sie mal überlegen, wie viele Daten der Edeka vom Kunden hat, ob er zum Beispiel weiß, wie sein Kunde heißt, nein, die Daten der EC-Karte darf er nicht auslesen diesbezüglich, ob er weiß, ob der Kunde, der heute Nachmittag kommt, derselbe ist, der gestern Nachmittag da war, Tante Emma wusste das noch, Edeka weiß es nicht mehr. Ich will Ihnen das nicht in Extensio ausmultiplizieren, Sie können sich das vorstellen. Wenn Sie das aber jetzt mit dem zusammenbringen, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, 24 Stunden am Tag, wo Sie sind, wer Ihre Freunde sind und 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 dann kommen Sie auf ein Szenario, das vielleicht viel wahrscheinlicher so aussieht. Dann haben Sie genau das macht, was er vorher tat, oben den Kunden und dann haben Sie jemanden, der schiebt sich zwischen Händler und Endkunde. Wenn Sie das mit einem Geschäftsmodell Baustein benennen wollten, dann würde der Vermittlung heißen. Ups, haben wir sowas nicht gerade bei Uber gesehen und bei den ganzen Hotelportalen? Genau, genau das passiert hier auch, aber nicht in einer einzelnen Branche, sondern über alle Branchen hinweg. Es schiebt sich jemand zwischen den Händler und den Kunden. Dritte Dimension der digitalen Transformation, Kunden Interaktionsmodell. Hat sich sehr harmlos angehört am Anfang, hat aber unter Umständen einen Effekt, der noch stärker ist als die beiden anderen zusammen. Was passiert jetzt? Jetzt kommen dann alle und sagen, Google will mein Geschäft übernehmen, Apple will mein Geschäft übernehmen. Nein, wenn sie jetzt nicht zufällig in irgendeiner besonders spannenden Branche sind, dann will keiner von denen das tun. Warum sollen die das tun? Das ist niedrig margiges Geschäft. Was was die tun möchten, ist zum Händler eins zu gehen und zu sagen, hör zu, da gibt es einen Kunden, der möchte nächste Woche das und das kaufen. Ich kann dir ungefähr sagen, was seine Preisbereitschaft ist. Was gibst du mir, wenn ich den Kunden zu dir schicke? Dann gehen sie zum Händler zwei, fragen ihn dasselbe. Dann gehen sie zum Händler drei und dann vielleicht noch zum Online Händler vier. Und dann fangen sie wieder von vorne an. Ich bin Wirtschaftsinformatiker, ich mag keine Volkswirte, schon weil sie zuweilen Dinge tun, die ich nicht ganz zu Ende verstehe oder nicht verstehen will, weil so bestimmte Dinge von meiner Welt sehr weit entfernt sind und vielleicht auch von der richtigen Welt. Aber an der Stelle sagt ihnen der Volkswirt ganz schnell, was passiert. Mikroökonomie erstes Semester. Die Marge des Händlers geht runter bis auf den Break-Even-Point und wenn sie in dem Bereich mit solchen Modellen mal ein bisschen was zwangsweise machen mussten im Studium, wissen sie, die geht noch weiter runter. Die geht noch weiter runter, nämlich genau bis zu dem Punkt. Genau. Der Händler wird so lange weiter mitbieten, bis er seine variablen Kosten gerade noch erwirtschaften kann. Das heißt, er ist deutlich unter seinem Break-Even-Point und bietet weiter mit. Warum? Damit er zumindest noch über den Effekt der großen Zahl ein bisschen seiner Fixkosten mit abdecken kann. Das ist das, was eine Fluggesellschaft tut, wenn sie Sitze für 9,90 Euro verkauft. Der Platz kostet sie vielleicht im Durchschnitt 9,10 Euro, aber sie nehmen immer noch 80 Cent pro Kunde mit und können damit die Fixkosten des Flugzeuges etwas besser abdecken. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn das Realität wird, dass sie hier lauter Karstadts rumlaufen haben. Zu viel zum Sterben und zu wenig Geld zum Leben. Vor allem zu wenig Geld, um Innenstadtmiete zu bezahlen, zu wenig Geld, vernünftige Löhne an die Angestellten zu zahlen, vernünftige Angestellte zu haben, die weitergebildet werden und ich weiß nicht was alles. Das wird dann schwierig. Und wenn Sie jetzt den Einzelhandel angucken, steht er sicherlich in der ersten Reihe. Aber Sie können das mit jeder beliebigen Branche machen, die Produkte oder Dienstleistungen für Endkunden anbietet. Mit der einen leichter, mit der anderen schwerer. Sie können das in einer zweiten Welle auch mit jeder Branche machen, die Produkte oder Leistungen für Endkunden herstellt. Ein Heidelberger Druckmaschinen hat dann nicht sofort ein Problem, ein Adidas ja. Es gibt so Dinge, die der Händler oder der Produzent dagegen tun kann, starke Bindung an die Marke und so weiter, aber sehr, sehr viele können da gar nichts dagegen tun. Ich habe Ihnen eben schon so ein bisschen Namen genannt. Wer kann denn so etwas tun? POP Game habe ich das mal für eine große Konferenz im September vor einem internationalen Publikum genannt. Platform of Platforms. Das mag etwas reißerisch sein, aber die Grundlage ist eben, dass Sie nicht nur ein Plattformspiel haben, so wie bei einem Uber oder so was, sondern dass Sie das in N-Branchen tun können. dass Sie sich global für den Kunden als erster Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Ganz plastisch, was tun Sie, wenn Sie im Internet eine bestimmte Webseite suchen? Wer ist so altmodisch wie ich, dass er dann www.name.de oder .com eintippt? Nicht viele, oder? So, da haben Sie ein ganz plastisches Beispiel aus Ihrem eigenen Erleben, wo sich jemand zwischen Sie und diese Firma geschaltet hat. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie suchen gar nicht eine bestimmte Firma, sondern Sie wollen etwas bestimmtes kaufen. Und schwupps ist jemand zwischen Ihnen und dem Händler. So schnell geht das. Und auf dem Smartphone dehnt sich das auf all Ihre Lebensbereiche aus. Und das ist die strategische Bedeutung der Daten auf dem Smartphone und der Möglichkeit, Big Data Techniken auf diesen Daten anzuwenden. Wenn Sie sich das tut, dann haben wir irgendwie ihn hier, den hatten wir eben schon. Dann haben wir noch den, der sagt, er ist völlig anders als die anderen. Ist er aber nicht, um mal Herbert Grönemeyer zu zitieren. Ich bin A bereit zu wetten, dass das, was im Moment in der Presse über Apple gesagt wird, das Erlösmodell geht zu Ende, die können ja gar nicht so viel verkaufen und so weiter, dass das Unfug ist und dass die B mit Datengeschäft in fünf Jahren sehr viel mehr verdienen werden als mit Hardware. Wobei sie sich intelligenter positioniert haben, denn das, was man aus ihren Handlungen sieht, ist, guckt mal, Google tut es gegen den Kunden, wir tun es mit dem Kunden, wir schützen euch vor der bösen Welt da draußen, aber ihr müsst euch uns ausliefern. Kann man als Einzelner okay finden oder nicht, ist vielleicht unter Umständen dann die beste Option, muss man dann einzeln entscheiden, aber der Effekt ist eigentlich der gleiche. Dann gibt es, ach so, genau, und da werden sie den auch sehen, nicht? Das würde mich sehr, sehr wundern, wenn wir das nicht in wenigen Jahren in Deutschland auf dem Markt sehen. Das ist die Spekulation bisher noch von jemandem im Internet. Dann gibt es den hier, dem fehlen dramatisch viele Daten. Der hat nämlich kein Smartphone Betriebssystem. Das Smartphone Betriebssystem ist das Herrschaftsinstrument an der Stelle, um das mal mit einem ganz bösen Wort zu belegen. Und das können sie am Verhalten von Facebook sehen. Die haben sehr verzweifelt versucht, zumindest so etwas Ähnliches wie ein Smartphone Betriebssystem zu machen, indem sie so eine App gehabt haben, die sich auf die Oberfläche gelegt hat und so weiter. Sie sehen, dass sie einen Nachteil haben, aber sie wissen viel mehr persönliche Dinge über die Kunden als die beiden anderen zusammen. Das macht sie in diesem Spiel bedeutend. Und dann gibt es noch einen, der wesentlich schwächer ist. Das ist er hier. Der hat auch, wenn er es ebenfalls versucht, ein Smartphone Betriebssystem, hier die Fire Tablets und was es da so alles gibt, die auch unter Einsteinspreis in den Markt gedrückt werden. Ja, man versucht es, aber so richtig klappt das auch bisher nicht. Was aber klappt, ist, sie sind die einzigen, die kommerziell belastbare Daten bisher von den Kunden haben. Wenn Apple und Google daran wollen, kommerzielle Daten aus dem Realwelt Kaufverhalten, müssen sie über ein Mobile Payment System gehen. Sehr spannende Sache, dann verbinden sie nämlich, dass viele wissen, was sie über die Kunden haben, mit dem realen Kaufverhalten in der realen Welt. Das ist das Spiel, das gerade gespielt wird im Silicon Valley und da verstehen sie dann auch ganz schnell, warum die so handeln, wie sie handeln. Die können gar nicht anders. An dem Beispiel von Apple sehen sie, das Geschäftsmodell Wachstum, Wachstum, Wachstum ist zu Ende in dem klassischen Geschäft und selbst ein Google hat keine Chance in seinem bisherigen Geschäft so sehr zu wachsen, dass es den Erwartungen des Kapitalmarktes gerecht wird und dass ihr Aktienkurs zumindest stabil bleibt. Wenn sie so stark wachsen wollen, dann müssen sie von den 20 Prozent, die in der virtuellen Welt an Wertschöpfung stattfinden, ihre Marktmacht ausdehnen in die 80 Prozent, die noch in der realen Welt stattfinden. Und das ist dieses Spiel, sie schieben sich zwischen Kunde und Händler. Das, meine Damen und Herren, ist das, was ich Ihnen im Wesentlichen zeigen wollte und über das meiner Meinung nach etwas zu wenig gesprochen wird im Zusammenhang mit Big Data. Sie erinnern sich, dass ich eingangs Ihnen mit diesen drei Dimensionen gekommen bin, und ich möchte auch in drei Punkten zusammenfassen, was ich hier als die bedeutenden Punkte sehe. Erstens, die Trennung von Online- und Offline-Welt wird in wenigen Jahren vorbei sein. Das muss ich Ihnen in diesem Auditorium nicht erzählen. Wirtschaft und Gesellschaft fangen aber an vielen Stellen erst langsam anders überhaupt zu verstehen. Zweitens, das wichtigste Element der Marktmacht in dieser neuen Welt sind die Daten der Endkunden. Der Effekt, dass die Vermittlung des Kunden eine Monopolrendite ermöglicht, man könnte das, wir Forscher nennen das, die Monopolisierung der Endkundenschnittstelle und die Erbringung der Leistung selbst zum Commodity wird, die führt dazu, dass diese Daten ungleich mehr Einfluss haben als jede Art technischer Daten. Und dabei haben schon die technischen Daten, wie wir im Moment gerade an der Diskussion sehen, sehr, sehr starke Einflüsse und verursachen diese zweite industrielle Revolution, von der ich vorhin gesprochen habe. Und als dritten und letzten Punkt, wir dürfen die neuen Wertschöpfungsnetze nicht einfach abwarten und passieren lassen. Wenn wir in diesem Bereich, wie manche so schön sagen, auf Sicht steuern, steuern wir gegen die Wand. Wir müssen die Effekte dieser Transformation verstehen. Wir müssen die Ergebnisse im Blick unserer sozialen Marktwirtschaft bewerten und dann die Folgerungen ziehen, die die Technologie in den Dienst des Menschen stellt und in den Dienst einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, wie wir in Deutschland sie haben möchten. In Teilen kann das einen neuen Gesellschaftsvertrag erfordern. Aber das ist die Perspektive für die Zukunft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Pustschi. Ich sehe jetzt keine schnelle Frage an Herrn Pustschi. Nur eine Geschichte vielleicht. wenn Sie nächste Woche zur Regierung gehen, zu Angela Merkel und sagen, was wäre der nächste Schritt ohne dieser große Gesellschaftsvertrag, was wäre das nächste, was getan werden müsste, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Ich glaube, die Diskussion ist an manchen Stellen per Definition kurz ab mich, weil Politik in der Mediengesellschaft ebenso funktioniert. Wenn ich etwas als nächsten Schritt tun wollte, würde ich es im Maschinenraum tun. Ich würde eine Stange Geld in die Hand nehmen und genau an der Stelle Forschung ansetzen, die möglichst schnell diese Wertschöpfungsnetze ausmultipliziert. Denn das ist eine Aufgabe, die ist leistbar. Es tut nur keiner, weil die Anreize in der Forschungsförderung nicht so sind. Und wenn wir das dann verstanden haben, dann können wir daraus Regeln ableiten. Jeder, der im Moment auf dem Markt ist und sagt, er hat die Regeln, die perfekt sind, geht aus meiner Sicht fehl. Perfekt für ihn wahrscheinlich sind die Regeln dann. Möglicherweise, aber manchmal ist er einfach auch nur Getriebener der öffentlichen Diskussion und will irgendeinen Vorschlag machen. Die sind ja auch oft gut gemeint. Leistungsschutzrecht oder sowas. Aber gut gemeint ist halt das Gegenteil von gut manchmal. Vielen Dank. Das war unsere zweite Keynote. Wir setzen fort mit den nächsten beiden Gesprächen. Das Panel ...